nein das würde ich auch nicht wollen aber hey kommt vor es ist doch unglaublich dieses spiel ist echt unglaublich hier irgendwas übersehen schleifstein tonne sonst nix küchenschild kann ich das mitnehmen es ist offenbar nur dafür da leuten den appetit zu verderben auch gut natürlich hey da hinten war auch glaube ich nichts großartiges glaube ich nix großartiges facepalm ja das war gerade was war das keine ahnung was es war jedenfalls ist es geflogen das spiel macht mich verrückt ganz einfach hier muss es doch noch irgendwas geben wenn ich hier mit dem dingsbums irgendwo gegenklopfe das sieht auch nix rüstung Boah, hat der dagegen geklopft? Hä? Was ist das für ein Bug? Ich klicke auf diese Rüstung hier und er läuft zu der Rüstung und klopft dagegen. Hey, lass das! Hey, lass das! Äh, okay, mit der Wand. Hm, nein. Wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Okay. Ne, oder? Okay, hier ist aber nix. Oder doch? Oder wie, oder wat? Nö. Ist hier unten was? Nope. Da ist auch noch ne Rüstung. Hey! Sehr seltsam, was der da fabriziert. Die Askel rüsten offen. Es sind drei Rüstungen. Hallo? Ist da hier... Hm, da ist... Rüttel. Hey, lass das! Hey, hier unten. Hm. Wie kannst du... Du brauchst etwas aus... Etwas aus... Etwas aus... Ja, das war... Hey, bitte bleib mir verblühten. Vergiss mich, du hast mich. Das ist alles, was er zu sagen hat. Das ist... Pfff... Total doof. Hey, ah... Ähm... Ey, was ist jetzt? Bis später bleiben, verkehrst du hast. Hey! Das gibt's doch gar nicht. Bis später bleiben, verkehrst du hast. Kein so schlechtes Versteck. Hm. Ich hätte auch... Äh, was? Kein so schlechtes Versteck. Hm. Ich hätte auch nicht übel Lust, mich zu verkriechen. Nicht übel Lust, der war gut. Hey! Nein. Bis später bleiben, verkehrst du hast. Äh, ja. Kloppt dagegen. Hey! Lass das! Gibt's doch gar nicht. Wand. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können... Ach, egal. Hier hinten? Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich... Dann eventuell hier noch. Nein, hier... Dabei hätte ich... Habe ich aber, glaube ich, schon ausprobiert. Wiesam, öffne dich. Melon. Can send me. Can send me, okay. Wiesam öff... Melon. Can... Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Hm, aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Das gibt's doch gar nicht. Rippe? Hm, nein. Wenn es hier einen versteckten Mechanismus... Okay. Mit den Essstäbchen? Hm, nein. Wenn... Mit dem... Mit der Holzlöffelnadel? Nein, wenn... Äh, Brett. Tablett, wie auch immer. Münze. Hm, nein. Wenn es hier... Hm, nein. Wenn es... Mit dem Holzhammer? Die Askel scheine... Mit der Wand? Hm, nein. Wenn... Mit der Rüstung? Die... Die Askel... Die Askel... Die ganze Welt ist voller... Und ich verschwende meine wenige Energie... An einer Tür, die nicht einmal verschlossen ist? Ich bin so jämmerlich. Tja, haha. Kannst du mal gucken. Wozu ich dich alles zwinger, mein Freund. Ähm. Mit Grupper dagegen kloppen. Hat er das schon gemacht? Hab ich das schon ausprobiert? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben kurz Zeit gerechnet. Nein, okay. Auch nicht. Mit dem Holzhammer. Das klingt so unlogisch. Nein, in diesem Spiel wird es mit ausprobieren. Nein, ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Das ist vor allen Dingen richtig interessant, dieser Holzhammer. Von allen ist es interessant, ist es sogar noch. Teller. Essen und kämpfen. Feigling. Hey! Das ist doch Lokos Lieblingsteller. Bring ihn lieber wieder zurück. Lokos hat dieben wie dir schon wegen weniger die Kniescheiben zusammengenagelt. Lecker. Ähm. Löffel. Pure Zeitverschwendung. Damit... Äh. Mit Falking. Für eine Horde von Echsenwesen habt ihr aber verhältnismäßig viel Besteck herumliegen. Müsstet ihr nicht eigentlich mit den Händen essen? Eigentlich schon. Aber hast du eine bessere Idee, was man aus Menschenknochen herstellen kann? Bäh. Scheife. Scheife. Okay. Für eine Horde von Echsenwesen müsstet ihr nicht... Eigentlich, aber hast du... Scheife. Scheife. Oh! Eine Münze. Wie nett. Aber weißt du was? Wenn du mich nicht verrätst, darfst du sie behalten. Moment mal. Du kannst mich doch nicht mit etwas bestechen, was ich dir gerade erst gegeben habe. Na dann gib sie mir halt so. Äh. Nein. Nein, jetzt nicht mehr. Sag ich doch. Weil? Ich mag verzweifelt sein, aber ich bin noch nicht bereit, mich zu erhängen. Ach schade, warum nicht? Ich komm bestimmt noch mal rum. Jo, denk ich auch. Ähm. Das Spiel soll wirklich ab 6 sein, ne? Das ist unglaublich. Ah, nein, mit Feigling. Hey. Hey. Hey, das sieht aus wie der alte Gongschläge. Ich dachte, der sei kaputt gegangen, als Loco den letzten Koch damit in die Schlucht gefrügelt hat. Bogen. Wir liegen aber ganz schön viele Mordwerkzeuge herum. Ist das eine Art Waffenkammer? Loco plant eine Offensive gegen Corona. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir die ganzen Waffen brauchen. Der König wird dem Angriff ohnehin schutzlos ausgeliefert sein. Die meisten deiner Gefolgsleute sind eh schon vor langer Zeit tot. Rippe? Ich habe etwas von mir. Eine Rippe? Ist das wirklich deine eigene? Nicht wirklich. Aber ist das denn so wichtig? Natürlich ist das wichtig. Aber keine Sorge. Das haben wir gleich. Warte mal. Wo hab ich denn meine Knochensäge? Ach lass mal. Mir fällt schon noch was besseres ein. Ah, okay. Was ist das? Das Tablett für die Gefangenenverpflegung? Ich hoffe du hast das nicht gegessen. Wieso? Was ist das denn für ein Fraß? So genau kann man das nie sagen. Wir stellen das Tablett einfach an den Fluss und warten, bis etwas Essbares drauf kleben bleibt. Bäh. Ich höre mich. Wie widerlich. Ja, ich glaube ich habe dem jetzt wirklich alles ein Messer. Wir liegen aber ganz schön viele Mordwerkzeuge herum. Ist das eine Art Waffenkammer? Look up, halt eine Offensive gegen Corona. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, wenn wir die Waffen brauchen. Können wir... Es ist echt verzwickt. Mit dem Bogen könnte ich was konstruieren. Also Bogen und Seil. Aber was nutzt mir das? Du sollst die verdammte Tür aufmachen. Die ganze Welt und ich bin so. Die ganze Welt und ich bin so. Ähm. Was geht hier ab? Die ganze Welt und ich bin so. Mach die verdammte Tür auf. Die ganze Welt und ich bin so. Ich kriege einen Anfall. Mach die Tür auf. Die ganze Welt und ich bin so. Hä? Was zum... In diesem mit Ausnahme. Nein. Ähm. Nein. Mit Ausnahme. Ähm. Ich habe das Spiel geglitscht. Die ganze Welt und ich bin so. Oder sowas. Ohne Momento. Ich bin gleich zurück. 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 Vielen Dank.